jetzt gibt es hier irgendwo ein ort der gnade was ist das denn ist doch so eine das kommt dabei raus wenn man einen rahmen mit einem t-rex kreuzt das hat er gerade versucht Das wäre also aus den Dodos geworden, wenn sie nicht ausgestorben wären. Deswegen hat die Natur sie dumm gemacht. Ich bin absolut nicht bereit für diese Gegend. Alter, wie schnell ist der denn? Zum Glück habe ich eben meine ganzen Dingsbums ausgegeben. Alter. Das ist einfach nur eine Misshandlung der Natur.